Kamera läuft? Kamera läuft, Szene 3, die zweite! I will be there to feel the vibration and see the roots of love surrounding every nation. I wanna live in Brazil. I wanna live in Brazil. I wanna live in Brazil. Liebe Community, ganz, ganz liebe Grüße aus Cala Radiada, Mallorca. Ich habe jetzt die letzten beiden Tage mein neues Musikvideo produziert, gedreht mit Casca. Wir waren auf dem Boot. Ich habe aufgelegt, ich habe am Schrank gedribbelt, ich habe geschauspielert. Ich habe hohe Erwartungen, aber ich glaube, die werden auch erfüllt. Ich freue mich darauf, wenn es fertig ist. Am Freitag, den 13.06. geht mein Song online. Das heißt, man kann ihn auch kaufen über alle Online-Plattformen. Das ist jetzt mein zweiter Musiktitel eigentlich, wo auch ein Video dabei ist. Ich bin gespannt, wie es jetzt wird. Und ja, dann geht es die Tage weiter, wieder nach Arenal. Ich hoffe, dass ihr mich weiterhin liked, auch dabei seid. Ich werde jetzt auch immer mehr Preis geben und auch für euch zeigen, wo ich bin, was ich mache. Insofern, ich hoffe, euch zu sehen. Bis dann.